Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 304. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe letztes Mal was vergessen, als ich über den High Alarm Podcast gesprochen habe. Und zwar, was für ein unfassbar großartiges Rabbit Hole das gerade ist. Mit diesem Podcast zu machen. Das ist halt so gerade das eine Thema, wo ich nicht über Corona spreche. Also richtig so eine schöne Parallelwelt, auch bei der Recherche der Themen und der Filme, wo ich gerade richtig schön abtauchen kann und den Kopf freikriege. Ja, ich habe Abtauchen gesagt im Zusammenhang mit dem High Alarm Podcast. Es ist auch Wahnsinn, wie viele neue Filme rauskommen und wie viele andere Filme wir entdecken, die wir bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Das Material für inklusive Juni ist schon gesichert. Also wir werden perspektivisch jetzt monatlich eine Folge raushauen können. Und für die Zeit danach bin ich auch ziemlich optimistisch. Völlig unerheblich, was Corona dieses Jahr vielleicht noch bringt oder welche Filmstarts noch verzögern. Wir kommen klar, das ist total großartig und das macht einen Heidenspaß. Denn das lenkt einfach wahnsinnig von diesem ganzen Nervkram ab, der Corona ist. Ich merke zusehends, wie viel weniger Bock ich auf Corona habe, weil sich das ja doch sehr stark auch auf meine restliche Podcastproduktion auswirkt. Im Nord-Süd-Gefälle sprechen wir ständig drüber, im Camping Caravan Podcast ist das jedes Mal wieder Thema. Auch hier in Jörn Schaas feinem Podcast schlägt der Corona-Effekt durch. Ganz einfach, ich erlebe weniger, ich gehe nicht mehr raus und deswegen wird es halt kürzer. Und es nervt mich einfach, dass ich mit ganz viel Rumlabern acht Minuten brauche, um eine komplette Woche zusammenzufassen. Und in dieser Woche habe ich gar kein echtes Thema. Ich habe nichts, worüber ich in dieser Woche erzählen kann. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen muss ich da so eine kleine Konsequenz draus ziehen. Neue Folgen von Jörn Schaas feinem Podcast gibt es ab sofort planmäßig im Drei-Wochen-Takt. Wenn ich wieder mehr zu erzählen habe zwischendurch, dann schiebe ich mal eine Episode ein oder vielleicht kann ich auch irgendwann die Abstände wieder verkürzen. Aber solange das so ist, ist jetzt erstmal der Drei-Wochen-Takt sicher. Und wenn sich das alles wieder verstetigt, wenn die Welt wieder normal wird und ich mehr für erzählenswert erachte, dann kommt Jörn Schaas feiner Podcast auch wieder wöchentlich. Und ehrlich gesagt habe ich nicht mehr zu sagen in dieser Woche als das. Und das tut mir auch echt ein bisschen leid. Ich weiß, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die Jörn Schaas für einen Podcast sehr, sehr gerne hören. Aber ich kann es gerade nicht ändern. So, hier ist halt nichts zu erzählen. Ja, weiß ich nicht. Heute gab es Pilzpfanne zum Mittag. Da schneidet man Pilze klein und eine halbe Zwiebel und schmeißt sie in eine Pfanne. Und das Ganze legt man dann auf Schwarzbrot und tut ein Ei drüber. Das war das Beste diese Woche. Das Aufregendste von den Sachen, über die ich im Podcast spreche. Alles andere habe ich länger nicht gesagt, aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die euch nichts angehen. Und selbst von denen gibt es gerade nicht so wahnsinnig viele. Also, was soll ich sagen? Wir hören es in drei Wochen wieder. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge erscheint in drei Wochen, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi!